Na alle zusammen, ich hier ist wieder ein Teller und tschau ich wieder für euch hier in den Shatterlands unterwegs. Uns heute will ich euch heute wieder so ein kleines Kisten-Opening präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Partys in Kisten öffnen und dazu habe ich hier mit dem Demon Hunter schon ein paar Kisten gefarmt. Wir haben hier einmal die geborgene Truhe mit Vorräten und daraus brauche ich noch das ein oder andere Item. Wir haben jetzt hier 17 Kisten vom Demon Hunter und dann werden wir noch ein paar vom Schamanen aufmachen. Da brauche ich nämlich auch noch ein bisschen was, um die 20 voll zu machen. Das letzte Mal hatte ich ja noch ein Item gekriegt, einmal hier vom Demon Hunter. Jetzt fehlt nur noch eins und zwar der Kopf, die Augenbinde der Elidare und ich hoffe, wir haben ein bisschen Glück, kriegen wir das letzte Item raus und können dann vielleicht auch den Demon Hunter endlich abschließen. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Erste Kiste, schaut leider schlecht aus, ist eine Kleve drin. Zweite Kiste haben wir einmal die Stiefel, die brauche ich auch nicht. Die dritte Kiste haben wir einen Ring, der ist auch uninteressant. Die Schultern, die brauche ich auch nicht. Ich glaube, die hätte ich das letzte Mal gebraucht. Die haben wir aber eh schon gekriegt gehabt und dementsprechend sind die jetzt auch uninteressant. Dann haben wir eine Robe, die brauche ich auch nicht. Einen Hals, nope. Nochmal eine Kleve. Nochmal der Hals. Nochmal die Robe. Komm, jetzt gib mir mal hier schön die Augenbinde. Ein Trinket. Nochmal der Ring. Ein drittes Mal die Kleve. Okay, jetzt haben wir noch fünf Kisten. Nochmal die Kleve. Ein Trinket. Oh, ich sehe meine Fälle da vorne schwimmen. Ein Ring. Und nochmal eine Kleve. Sonst habe ich nur eine Kiste, die machen wir ganz am Ende auf, hätte ich gesagt. Tun wir zwischenrein drei Shami-Kisten aufmachen. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich den Schamanen habe. Hier. Bei dem haben wir auch noch ein paar Kisten. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt drei Stück hier auf. Im Shami brauche ich glaube ich auch noch vier, fünf Items. Ein Trinket. Eine Hose. Ah, zumindest beim Shami haben wir ein Item gekriegt. Und Handgelenke. Das waren jetzt drei Kisten. Und zu guter Letzt machen wir die auf. Und da ist jetzt die Augenbinde der Elidari drin. Ich call's. Dreck. Dreck. Wieder nicht. Ein Scheiß. Ja, gut. Sollte anscheinend doch nicht sein. Aber zumindest haben wir beim Shami noch ein Item gekriegt. Und ja, beim Shami fehlen mir jetzt nur noch zwei Sachen. Vielleicht kriege ich den Shami vorher fertig, bevor ich den DH fertig habe. Ich verabschiede mich an der Stelle wieder. Hat mich gefreut, wie ihr dabei wart. Euer Tillor. Bis zum nächsten Mal. Ciao.